Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Two Guys and Seven Days to Die zusammen mit dem lieben Christian, hier ist er, und mir eurem Robby. So, wir sind auf Händler- und Loot-Tour. Wir wollen noch versuchen, oben rechts seht ihr das schon, automatischen Schrotflintengeschütztürme zu bauen. Für die brauchen wir aber Schrotflintenteile. Und da haben wir jetzt drei und wir bräuchten vier. Wir waren schon bei den beiden Händlern in der Wüste, da bei unserer Nachbarstadt. Da haben wir zwei gefunden. Und jetzt gehen wir mal hier vorne zu Trader Chen. Mal schauen, was die so hat. Und wir haben beim einen Händler haben wir noch relativ günstige Pistolen-Geschütztürme gefunden. Maschinenpistolen-Geschütztürme heißen die, glaube ich. Und wir schauen jetzt mal rum und sonst gehen wir dann da, holen, weil das wären genau zwei. Und wir haben, glaube ich, noch 14.000 oder 15.000, gegen sowas. 15.000, Pazak wird stehe, ja. Ja, hoffen wir mal, dass keine Folge wird mit Seven Days to Cry, ne? Ja. Hier hat es ja keine Bären. Hier ist ja das einfachste Gebiet. Ja, aber wir brauchen auch wieder mal irgendwann Knochen. Also was hier könnte man auch mal, äh, eine Mission machen? Haben wir noch? Ja, dann muss ich erst das Auto bauen. Wieso? Das ist ja einfacher als das Wüstengebiet hier. Die Reisegeschwindigkeit mal nicht. Das heißt, wir machen hier mit Übernachtung. Ja, hier würde das gehen. So, noch 350 Meter. Es gibt sogar noch da hinten, irgendwo Richtung die Berge, äh, gibt's auch noch einen Trader-Gen. Ja, den hab ich wahrscheinlich markiert. Das ist bei mir 1,9 Kilometer entfernt ab hier. Ja, aber Richtung Osten, oder? Nordosten. Ja, und die andere ist irgendwo Richtung Westen von hier noch. Und springen! Das funktioniert so nicht, okay. So, da sind wir. Bei meiner Lieblings-Traderin. So, gibst du mir eine Minute alleine mit dir? Ich zieh mich schön groß hier rein. Wo bist denn du jetzt? Achso. Ähm. Schon fertig, oder was? Ja. Ja. Geht schnell. So. Oh, und ihr habt noch einen besonderen Auftrag. Mal schauen. Ähm. Und ihr habt die Medical, äh, Hefte. Dann hat sie... Wenn, dann brauchen wir der Scharfschild zum Band 7. Äh, Band 2, hab ich gesagt, ne? Mhm. So, Botik-Zeit, da hat sie. Sieht schlecht aus. Ja, schau du mal durch, was du noch brauchst. Ja, ich bin gerade hinten am Looten. Aber du hast Geld. Und... Günstiger. Christian hat, äh, ein bisschen mehr drauf gelevelt, ähm... Auf Verhandlungen. Bessere Preise zu kriegen. Und deshalb... ...wird er die Verhandlung. Kommt die da rein? Okay. Alles abgegrast, ne? Äh, die Mülltonnen hat er vergessen. Äh, äh. Nehmen wir alles mit. Oh, Schlagschrauber Stufe 3. Ja, den kann ich bauen. Ne große Registrierkasse. Weiß nicht, wieso, dass Christian das, äh, behandeln darf. Der kauft immer nur Scheiß. So, ne, ist nichts Tolles dabei für uns hier. Und die Medical Heft ja auch nicht. Ja, soll ich die jetzt kaufen? Dann würde ich lieber warten, bis ich welche finde. Was habe ich denn gesagt? Was fehlt mir denn noch? Ja, wenn noch eins fehlt, würde ich das kaufen. Äh, medizinisch. Ja, komm. Eins fehlt mir für den Verwandtskasten. Komm, rück raus, das Ding. Mach, mach Sinn, dann. Gut. Ja, Verbandskasten freigeschaltet. Sehr gut. Ja, dann fahren wir mal weiter hier, ne? Ja, hier kannst du noch... Wohin geht die Schlange? Welche Schlange? Ich habe die Schlange getötet. Die ist jetzt da hinten drin. Hä? Die ist irgendwie tot durchgeglitscht. Die ist da die Treppe hochgeglitscht. Okay. So, dann fahr du vor. Ab zum nächsten Händler. So, machen wir ein bisschen fixer. Komm, fahr mal hier, quiffelt ein. Ja. Wir haben in der Nacht noch ein bisschen, ähm... Christian hat an der Base gebaut, ich an der Horton Base. Ja, ich habe vorbereitet, ne? Oder vorbereitet, ja. Kondition gebaut, die ist das. Ananas. Ja, genau. Ich habe die Fallen eigentlich alle fertig aufgebaut, verkabelt, bisschen aufgewertet. Brauchen wir noch ein bisschen Stahl dann. Und, äh... Kennst du die? Ja. Ah, okay. Verwandte von dir. Ja. Und... Dann müsste man eigentlich gerüstet sein für die nächste Folge. In der nächsten Folge ist ja schon Hortennacht wieder. In der Mitte of nowhere. Ja. Merk schon. Oh Gott, hier wird's Minen haben. Sind's da? Nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Schön. Ja, hier, das war unser... Unser erster Ausflug in ein anderes Gebiet hier, ne? Die Stadt. Oh, das kommt sehr lange her, ja. Ach, endlich wieder Straße unter dem... Unter dem Reifen. Oh! Nein, ich seh die Kirche. Dann geht doch gleich mal... Na, dann machst du den Lootie-Schnutie. Ich mach den Lootie-Schnutie, genau. Ja, schätze Ken. Ihre Zwillingsschwester. Mach keinen... Bau keinen Mist. Die kennen sich. Ja, ich... So... So... Ansonsten? wir müssen uns noch ein bisschen vorbereiten aber viele ist eigentlich nicht mehr gewährteile rüstungsteile rüstungsteile hammer glaube ich hier ist der schrotflinten geschützt um für 5 4875 im angebot wollen wir nicht wollen wir noch versuchen wir haben ja noch zeit wir können ja jetzt hier mal durch die stadt bluten gehen und hier mal auch mal ein bisschen duten gehen ja die motorräder stehen die karren hast du alle schon ich rennst du so viel schneller als ich geflogen wir brauchen wir nur zwei schläge sonst ist er hier nicht viel oder ist die groß die stadt das geht das ist die größte hier im bio super ok habe ich kein messer mit doch ja wir brauchen knochen tierfett und fleisch irgendwann mal wieder alles übliche halt ne seitschriften machst du gerade ja ja ich mal hier drüben zur tanke hin was ist das da shooting range hätte ich irgendwie grad bock drauf einschläge nur aber als vor kopf ja ja dann bluten einmal die hallo salle frag mich wirklich wieso dass ich so langsam geworden bin oder du so schnell hast du irgendeine mod in den schuhen ich habe aber gerade in den bonus na steht bei mir der bonus habe ich auch wollte gerade fast ein moped looten nein das ist meins das ist ferngewehre das ist sprengstoff in deinen moped drei magazine für dich ich mache jetzt nur mit den lkw dann können wir von mir aus da durchgehen wo ist die denn ja hier bei mir ist eingang ja ich will einmal eben ist lehren hier auch schon mehr 1600 sprit das ist es nicht was du knackst ist geladen ich habe ich keinen bock drauf bin ich glaube ich wieder schneller unterwegs das muss niemand verstehen was war das weiß ich nicht wo bist du hin küche weiter da kann händigt nicht mehr ich habe nur ist ja er fetzt einfach alles runter jene was denn küche ist leer hinten auch bei dir kommt jetzt runter bei mir nicht oder was ne 1 weiter hinten aber da war ich nicht ja ich merke schon ich habe gemerkt dass du hier nicht warst und hier geht es dann wieder in den laden okay der hallo schönheit messias kommen gib mir es oben und am bus teil doch ich knack mal tressur ja 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 so ist geknackt zerlegen wegen ja was hast du da schönes mp5 medizinheft für dich immer stoff mitnehmen wir haben keinen stoff mehr jungen lasst mich hier rauben mal ganz gut heilen ja macht das aber schneller oh gott ich bin gleich tot ich komme hier nicht raus ich bin tot die haben mich in das bad reingedrückt und ich kam nicht mehr raus die säule wo bist du denn da ja ich weiß es ist heiß ich laufe ja auch nackt hier rum die draußen laufen da auch rum doch du musst das Was ist das? amakabula wieder da hoch hier hast du honig dabei nein ich bin ja gestorben ich brauch kein honig ja ich deshalb frage ich dich ob du honig dabei hast hier maschinengewehrteile dann bezeichnet hier nach oben okay das ist draußen legen bleiben ja guck dir mal weiter rum ist denn arbeitet hier hier hinten versteckt ist ein zehntausender so gut die geben holz aber da gibt nur ja ich mach mal bis zum ende das schmeißt ja nichts besonderes ab hier also medical bist du durch nein noch nicht okay ich habe besucher wir sind auf dem dach gespawnt ich gehe wieder nach vorne ich dachte du bist auf dem dach hast du gesagt ne wir müssen nach draußen wir kriegen die hinten nicht geballert das ist 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 Oh. leben habe ich noch was habe ich gesagt beim einstieg in die folge ich weiß nicht mehr was du gesagt was habe ich gesagt wenn der ist das schluss und dabei ja das ist ein bisschen mickrig hast du noch munition und finden munition ich habe noch sechs schuss ich habe noch 129 schuss daran soll es nicht scheitern so können wir jetzt mal weitergehen die kamen von draußen ich stand hier und die sind da hinten gespawnt auf dem dach oben ok nur einmal hier das ganze läuft mit ja lass uns mal kurz runtergehen und dann ich muss mich ausleeren jetzt kommt dann der hauptloot und ich bin jetzt schon voll ich habe auch ein bisschen was drin kurz bisschen was leeren nein was habe ich gemacht so nehme ich mal wieder mit besser so wo bist du ach hier warte mal das kann ich benutzen das kann bleiben das kann bleiben von mir aus kann man ein bisschen spazieren gehen wir müssen innen durch wahrscheinlich ist ja nicht weit was da auf der anderen seite des das dach ist schon hinten ne ich bin mir steht nur vorhin hier da wollen wir jetzt das dach noch fertig machen das ist unglaublich ne wie du alles einfach immer kaputt machst du meinst das dach hier ja das dach hier da war ich noch nicht hier hier ist aber nix ne hier könnte was sein ja fertig ok ok mach mal die kiste hier oben hm hab jetzt auch schrothrinte dabei aber hat ja keine mehr ne ne ich mach auf keine angst ich höre und siebeneinhalbtausen da das kriegen wir hin Leute das kriegen wir hin immer reingeschrieben unglaublich du kannst doch nur aus Füße auf blät hin und so dann wir wir haben was hast du mit der gemacht die hängt er so bei mir nicht bei mir hängt hier eine so haben wir alles hier hier noch drin hier ist ein waffen schrank gleich einmal knochen sollte sich mal ein bisschen heilen was unten bist du da ich hab noch 48 mein januar sonst haben wir nichts mehr container hat doch blei drin du möchtest in lkw hatte ich noch nicht gelootet was du es ist auch besuch ja der hängt hinterm zaun mal hier konkret auch so ein kleiner pfiffi ist es ja ja kann ich kann ich mit mir so gute nacht ja gut dann lass uns hier nach norden fahren zu dem händler wo wir noch gestartet sind aber es wäre bist du na ja robotik benutzen hier gewehre an feuerwaffen bist du auch dumm gewehre bist du auch na nein du bist du dich ok und sprengstoffe bin ich ein stoff das kannst du nehmen gott gern hat kappen landmine freigeschaltet ja geil ich habe schockstabteile maschinengewehrteile robotik teile und stahlsperrteile sowie stahlknüppelteile und raketenwerfer teile gewehr maschinengewehr rüstung und ein jagdgewehr habe ich gelogen ist denn doppelläufige schrotflinte ja die habe ich ja auch und feuerwaffenteile habe ich das ist auch gut na gut dann müssen wir von hier richtung äh norden eigentlich ich glaube da vorne hat es wo ist denn der händler hier links von uns oder links ja dann eigentlich also theoretisch rechts jetzt hier ich bin jetzt gerade umschauen also wo du jetzt bist ja jetzt hier rechts ja das müsste passen ja genau 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 ein bisschen gast ne ich bin der hat nur klick geil weiß wenn man die waffe noch zucken könnte die waffe dass sie die waffe gezuckt die waffe noch zucken die waffe noch zucken die waffe noch zucken ja Das ist nicht hier links. Was machst du? Das ist der Zombie Drift. Ah, du bist nass. Ja, ich auch. 100%. Hat mich eingepinkelt. Gewitter. Gewitter. Jetzt nicht auf einen Turm rauf gehen. Mürber bescheißen. Was beim Scheißen? Ja. Wieso? Wenn mich der Blitz beim Scheißen trifft. Achso. Amen, Bruder. Annalmen. Annalmen, genau. Der Händler ist rechts jetzt irgendwo. Ja. Ja, ja, da ist er schon. Okay. Zeig her. Sonst knallt's. Anfeuerwaffenteile, die könntest du auch kaufen. Ne, Schrotz-Linten-Teile hat er nicht. Aber die Handfeuerwaffenteile. Die die 440er Magnum. Haben sie alles gelütet? Ne, hat er nicht. Oh. Das war ein sehr ergiebiger LKW. Die Sonne scheint. Yay. So, du wolltest die Handwaffenteile. 440er Magnum braucht 8 pro Stück. Ich hab 5 Stück gekauft. 9 haben wir. Und ich hab, glaube ich, jetzt auch noch... 1 habe ich sicher noch dabei. Ne, sonst hat er nichts Tolles. Hm. Nichts, 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 nichts. So, wir könnten... Offscreen noch kurz in die nächste Stadt donnern. Was hältst du davon? Von mir aus können wir das machen. Und, äh, euch lassen wir hier. Ja. Ne. Äh, wir sehen uns... Wart mal ganz kurz. Warte ich mal kurz hier hin. So, neben mich. Wo hin? Neben mich. Ähm, ja. Euch sehen wir dann in der nächsten Folge bei der Horde wieder. Horde Nummer... 6. Perfekt. Vielen Dank. Und, ähm, ja. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen und ein Abo da. Würde uns sehr freuen. Und, ähm... Auch über Kommentare. Oh, unsere alte Base? Ne. Ne. Hier war das. Hier war das. Ja, stimmt. Oh Gott. Werden Erinnerungen wach. Aber die ist nicht von uns, ne? Also hier gar nichts, ne? Was? Doch, das ist ja noch von uns. Das ist von uns, doch. Die Pflänzchen auf dem Dach. Ja, deswegen ja. Und jetzt stehen die ganzen Dings vor der Tür. Wir haben ja hier gestartet, stimmt. Ja. Komm, wir können noch mal reingehen und gucken. Okay, komm. Leute, das machen wir jetzt noch kurz. Ne? Hier fängt der ganze Scheiß an. Hier fängt der ganze Scheiß an, ja. Jetzt noch Kisten. Stahlsperrteile. Und da ist der Loot nachgespawnt. Geil. Das kann sein, ja. Hat der... Der Bietschutzblock ist natürlich noch hier. Deshalb steht das Zeug noch alles. Den ganzen Arsch voll Blumen. Wolltest du deine ganzen Blumen mitnehmen? Nee. Kein Platz für Blumen. Ach ja. Wüsste ich was. Ja, 904 Dollar. Geil. Ja, die Küche hatte ich ja komplett demontiert hier. Die Küche? Ja, da ist ja nicht mehr viel von da. Ja, die Zombies haben auch viel demontiert, Junge. Stimmt, ja. Wir hatten ja ordentlich einen auf den Sack bekommen. Ja. Dank den Schreiren. Ja, komm. Die Pflanze habe ich noch mitgenommen. Geil, geil. Hier alles wieder dicht. Ja, also Leute. Nochmal. Falls euch die Folge echt Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Däumchen, einen Abo da. Ich würde mich sehr unterstützen und natürlich auch freuen. Und, ähm... Gut gemacht. Ich war... Ich habe die Lenkung aus. Ja, okay. Und, ähm... Auch über Kommentare freut man uns natürlich riesig. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. 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 Vielen Dank.